Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Busumbau Video. Ich habe jetzt die letzten paar Projekte. Das sind da hinten diese Möbelstücke, sag ich mal, nicht mitgefilmt, weil es echt mega aufwendig ist, immer die Kamera hierher zu holen, was anzupassen, noch mal hoch zu gehen. Das dauert ohne Kamera schon unendlich lange. Hier diese paar Teile, die ihr seht. Das sind, glaube ich, drei Wochen Arbeit. Und trotzdem wollte ich das Ganze jetzt doch noch ein bisschen festhalten, denn jetzt kommen wir zu so ein paar Arbeiten, die nur noch hier im Bus stattfinden werden, wie so ein paar Feinheiten, aber auch noch eine größere Küche, die muss ich noch bauen. Und da werde ich die Kamera so ein bisschen mitlaufen lassen und ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Ich werde es einfach mal mitlaufen lassen und den Rest werden wir dann am Schluss vom Video sehen. Die Kabel von hier, diesen Lampen, sind relativ schlecht, deswegen verlängere ich die hier. Ich muss sie sowieso verlängern mit meinem 2,5 Quadrat Kabel. Das hier ist nur sehr schwaches Ein-Quadrat-Kabel. Und ich habe hier solche coolen, wie heißen die Teile, Krimp-Schrumpf-Schläuche. Da könnt ihr die ja mit der Zange zusammenkrimpen und könnt es danach dann mit dem Feuer heiß machen. Und die sind dann noch wasserdicht. Das erleichtert einem auf jeden Fall die Arbeit. Musik So, es gibt jetzt ein kleines Update. Ich habe relativ viel nicht gefilmt vom Küchenbau, das liegt darin, dass es alles Plattenzuschnitte waren und es ist nicht so cool und immer filmen, wie ich drei Platten zusammenschraube, finde ich auch nicht so cool und ist zudem noch sauaufwendig zu filmen. Deswegen werde ich dir mal zeigen, was ich bis jetzt fertig gemacht habe. Hier sehen wir zuallererst mal zwei Kisten und hier ist die dritte. Das sind Stauraumkisten, die werde ich jetzt erstmal noch schnell lackieren. Normale Multiplex-Kisten und die habe ich mit Mahagoni-Beize gebeizt. Die Kiste habe ich gestern auch schon einmal lackiert, deswegen schreibe ich die jetzt kurz an, dann kann ich sie nämlich nochmal lackieren. Diese Dosen hier sind übrigens die günstigen, die ich im Internet gefunden habe. Die kosten so sechs Dosen, ich glaube 20 Euro. Vielleicht für den ein oder anderen von euch auch ganz interessant. Meine Werkstatt ist ein echtes Chaos, aber ich hoffe, dass sich das nach diesem Busprojekt echt mal wieder verbessert. So, als nächstes seht ihr hier meinen Abwassertank. Das ist ein KG-Rohr, das ist glaube ich einen Meter lang ungefähr. Hier haben wir einen 12 Volt Stellmotor, der ist halt noch nicht angeklemmt und da fliegt halt die Abwasserpürre rein. Spülwasser, kein Fäkalwasser. Das hier ist der Abwasserschlauch und das hier ist was ganz cooles. Das ist eine Sonde, da kann ich dann später auf einem Bedienpanel sehen, wie viel Wasser da drin ist und dann sehe ich halt auch einfach, ob der voll ist oder halt nicht. Das ist die Entlüftung, ganz simpel. Und hier gehen halt eben zwei Schrauben in den Boden, mit denen man das Ganze befestigen kann. Darunter seht ihr jetzt auch schon meine Küche. Wie gesagt, alles relativ simpel. Hier kommen diese Schubladen rein, die wir gerade lackiert haben. Hier ist noch ein bisschen Stauraum. Hier kommt die Kühlbox rein, das wird ein Klapptisch. Noch mehr Stauraum und dafür müssen wir heute noch eine Küchenplatte bauen. Weil ich eine Holzwerkstatt habe, die relativ gut vollgepackt ist mit Werkzeug, werden wir die Küchenplatte aus Eiche selbst herstellen. Das sind richtig schöne Bohlen und die müssen wir noch komplett mit Harz zumachen, weil da mega viele Risse drin sind. Deswegen wird das später auch sehr, sehr schön aussehen, hoffe ich mal. Auch wird das Waschbecken ein bisschen spezieller, denn das werde ich drechseln. Das wird aber ein eigenes Video werden, weil das ein bisschen aufwendiger wird. Wahrscheinlich. Da oben wird das Bedienpanel reinkommen, noch mehr Stauraum. Da hinten sind die ganzen Kabel für die Deckenbeleuchtung. Da habe ich eine Verteilerdose, die kommt da oben dran. Und dann müssen wir jetzt noch ein Kabel vom Motorraum nach hinten legen für den Charger. Was kommt jetzt eigentlich alles an fetter Elektronik rein? Da oben, wie eben schon erklärt, ist das Bedienpanel. Da laufen relativ viele Kabelstränge hoch, damit man alles anzeigen lassen kann. Da unten kommt ein Vodronic Charger hin. Mit dem könnt ihr die Zweitbatterie laden, wenn ihr fährt. Dann kommt daneben ein 4 in 1 Inverter. Das ist nicht so viel Kabelkram. Das ist alles schon in sich verbunden da drin. Dann kommt da noch eine Standheizung rein. Die kommt dann ein bisschen später rein. Und was haben wir noch? Hinten ist ein Smarthand. Hinten ist ein Smarthand. Der greift ab, was die Batterie gerade so verbraucht und und und. Und ja, das sind so die größeren Sachen, die hier ins Auto noch reinkommen. Wir fangen jetzt aber vorne am Motorraum an. Denn da haben wir vergessen, zwei Kabel noch nach hinten zu legen. Das hier ist, wie ich eben schon erwähnt habe, der Zustrom, um die Zweitbatterie zu laden. Den haben wir noch nicht angeklemmt. Das werden wir auch erst tun, wenn wir das Modul eingebaut haben. Dieser Kabelstrang, der hier rumfliegt, das ist noch für eine Hella 2000. Die habe ich aber noch gar nicht dran. Dafür haben wir nur mal ganz am Anfang schon mal die Kabel belegt. Das hier ist die Sicherung. Das hier ist eine andere Sicherung, als das eigentlich in dem Set drin war. Aber hier, die ist wasserdicht. Und man sieht, ob es so noch ganz ist. Fun Fact. Mein Tacho ging mal, ich glaube einen Monat nicht. Weil ich irgendwie an eine Sicherung gekommen bin und die rausgezogen habe. Ja, das ist für alle die ein interessanter Tipp, die ihr Auto mit weniger Kilometer verkaufen möchten, als das es eigentlich hat. Weil dann hat das Auto auch nicht die Kilometer gezählt. Dann haben wir hier unten noch ein Kunststoffverkleidungsstück. Dann würde der auch schon wieder drauf wissen. Ei, 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 ei. Ah, so. Da legen wir jetzt einmal ein Plus und einmal Minuskabel nochmal durch. Ah, Fehler. Fehler, 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 Fehler. Einmal Freund, immer Freund. Bedieneinheit von der Standheizung. So, hier haben wir noch ein anderes Bauteil. Das ist der Smart Shunt. So heißt er, glaube ich. Und mit dem könnt ihr dann halt eben die Informationen von eurer Batterie abgreifen. Hier ist der kleine Sicherungskasten. Hier wird später ein Brett dazwischen kommen, damit halt eben auch die zwei verschiedene Pole einen Schutz zu sich haben, dass sie sich nicht berühren. Hiermit will ich alle kleinen Verborger absichern. Falls da mal was frägt, kann ich halt einfach hinten schauen. Okay, ja, kaputt oder nicht, ne? Nächster sind fertig angeklemmt. Ich habe nur ein paar andere Kleinigkeiten angeklemmt, wie das Radio. Das Radio ist jetzt endlich wieder angeklemmt. Ich bin nämlich die letzten Monate ohne Radio rumgefahren. Und die Dashcam nach hinten ist auch wieder angeklemmt. Da sehen wir ein Loch. Da werde ich jetzt einen Abwasser-Tank wieder nach oben durchgeben, damit ich heute Abend noch zukleben kann. Ach, scheiße, ne. Gäbs doch nichts, oder? Komplett an die falsche Stelle die Scheiße gemacht. Ah, ihr halt, ihr halt, ihr halt, ihr halt, ihr halt. Komplett an die falsche Stelle. So, genau so bleiben, mein Freund. Ihr seht, ich habe hier oben schon einige Kabel durchgezogen. Das sind viele Informationskabel. Und hier oben die zwei, einmal für die Standheizung, das Bedienpanel und für die 230 Volt sind auch schon fest. Und sieht es relativ wüst aus. Aber den Tank, den Abwasser-Tank habe ich jetzt auch unten durch. Und ansonsten ist hier auch die Arbeit soweit fertig. Hier sieht es auch echt noch wüst aus. Wir haben hier die ganzen Abnahmekabel von der Hauptbatterie, also die Bordbatterie. Hier den Charger, da habe ich jetzt auch die ganzen Kabel gelegt. Wie gesagt, es fehlt noch das große dicke Stromkabel. Ich kann mit der Elektronik im Moment nicht weitermachen, weil ich so ein paar Aufgaben auch doch nochmal mit vier Augen machen möchte. Deswegen muss ich bis zum Wochenende warten. Aber ich will jetzt aus dem Grund, als wir mit der Holzplatte hier oben anfangen, die wird richtig cool. Und damit ich die ausmessen kann, muss ich die Küche erstmal fest einbauen. Holz für die Küchenplatte. Ich zeige euch gerade auch mal noch so einmal ganz kurz den Bus. Hier sind jetzt noch mittlerweile die Polster drin. Ich habe oben die Elektronik fertig. Wir haben hier ganz viel Stauraum. Hier ist der Kühlschrank drunter. Das Waschbecken. Vor allem ist alles fertig und weitere Infos bekommt ihr dann noch im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.